Servus Freunde des Ballsports. Der FC Bayern München nimmt wohl Abstand von einer Verpflichtung von Harry Kane. Denn man hat sich jetzt wohl mal bei Tottenham schlau gemacht, was denn die Ablöse wäre, die man im Sommer für Harry Kane zahlen müsste. Und die Spurs rufen da wohl 118 Millionen Euro auf, die sie für Harry Kane haben möchten. Und das ist einfach zu viel für den FC Bayern München. Und genau deswegen soll es so sein, dass Randa Kodomuani immer mehr in den Fokus des FC Bayern Münchens rückt. Und passend dazu berichtet jetzt eben Sport1 Reporter Kerry Howe, dass Kodomuani sich sehr wohl in der Bundesliga fühlt und diese nicht verlassen möchte und damit einen Karriere-Sprung in Richtung FC Bayern München wagen will. Also könnte hier alles passen. Aber was wird dann als Ablöse fällig? Bevor ihr das erfahrt, lasst ihr gerne ein Like auf das Video da und natürlich auch ein Abo für den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Laut dem Sport1-Chefreporter soll es eben so sein, dass FC Bayern München, die haben noch keinen richtigen Kontakt zu Eintracht Frankfurt hergestellt. Demnach ist natürlich auch noch keine feste Ablöse bekannt, aber Schätzungen zufolge soll diese so bei ca. 80 Millionen Euro liegen. Denn da liegt eben die Schmerzgrenze von Eintracht Frankfurt, dann müssten sie Kodomuani abgeben. Aber eins ist natürlich auch klar, der FC Bayern München will hier komplett auf Nummer sicher gehen, bevor sie so viel Geld für einen Spieler wie Randol Kodomuani ausgeben. Neben diesem finanziellen Aspekt ist natürlich auch noch sehr entscheidend, wie Thomas Tore zu Kodomuani steht. Sollte aber der neue Trainer des FC Bayern Münchens sein Go geben, dann wird der FC Bayern München im Sommer alles tun, um Kodomuani zu verpflichten. Denn man ist halt jetzt auch selber so ein bisschen unter Zugzwang, denn man hat gemerkt, man braucht unbedingt einen Mittelstürmer, der Tore schießt. Man schießt keine Tore und genau das soll das Problem des FC Bayern Münchens sein. Und genau deswegen wird der Stürmertransfer die Priorität Nummer 1 in diesem Sommer werden beim FC Bayern München. Und Randol Kodomuani, der rückt ja immer mehr in den Fokus, beziehungsweise hatte da mittlerweile Harry Kane schon den Rang Nummer 1 auf der Wunschliste des FC Bayern Münchens abgelaufen. Aber was ist eure Meinung dazu? Randol Kodomuani? Zum FC Bayern München passt das? Lasst mir eure Meinung gerne in den Kommentaren da. Und bis dann Leute, ciao.